hallo und willkommen zu einer neuen folge von wackfest mit dem dian und dem thomas hallo er hat warum hast du d genommen thomas weil du hier sehr schnell kaputt geht am besten ist hier sogar ein bus auf der map da müsste sich du bist weil du bist zwar langsam aber du hältst hier viel aus ich glaube so fucker wird sich mal eine runde überleben vielleicht so ich habe irgendwie bock am so vorhanden ich bin jetzt vorne super du fährst den mädchen mehr drescher dann überlebst du überlebst du nicht lange alter leute es geht nach rechts nicht geradeaus ich war kurzzeitig erster für zwei sekunden wo alle denken sie müssen geradeaus fahren mann du bus vor mir bus vor mir ich weiß nicht welche richtung soll ich gehen ich will die ganze weg von dem und er tut die ganze gegen lenken ab durch die mitte thomas noch vor mir nee 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 doch ist er wieso fährt der fährt der bus und der mädchen gegeneinander ich will dadurch Give me your lunch money. Give me your lunch money. Geh weg Bus. Nein, Thomas. Bus. Demoliert. Du bist demoliert? Nee, ich hab den Bus demoliert und der andere Bus demoliert mich. Das waren zwei Busflöte? Oh, noch ein Bus. Nein. Direkt in die Fresse, Bus. Ah, bremsen, bremsen. Der Bus hat mich zerstört. Grüße. Oh, Mann. Ich schaff nicht. Ich war dritter. Das ist ein Kleinbus. Ah. Ich lebe sogar noch ein paar Krass. Ich war so gut. Gut, aber die meisten manchmal ein Fehler und dann bist du am Arsch. Ist echt so. Bombe. Mach es gut, auch allein zu fahren. Du schon wieder? Du Penner. Das ist ein Penner. Das ist ein Penner. Lass mich bloß in Ruhe. Das ist der, der mich gerade richtig weggedeutet hat. Pinker. Pinker. Ja. 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 Gib mir. ich bin 11 da ich überlebe bisher noch top 10 sein ernst und sich ich habe hier bei mir gar nicht berührt dieser mister leiden er ist so einer die Es ist noch ein kleiner, oder? keiner hat zu beenden das läuft auch mal richtig gut ich habe nicht geschafft nee ich bin berührt von einem der eigentlich für mich gar nicht da war aber ich bin auf einmal nach rechts gedeutet und zum fall kaputt richtig punkte mit der neue strecke ich mache noch ein netz 2 und dann bin ich weg ok ich will doch bis 11 Uhr machen und dann feierabend nur 1-2 rennen dann passt auch schon Prozent 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 das mit einem Kurs Sondheit wenn da ich ein Das reicht nicht. Ah, mein bester Platz war 3, oder? Dritter. Zweiter! Das war dieser eine Rundkurs da, wo... Gesundheit! Äh, das war dieser... Ist Kollege Corona? Das war dieser eine Rundkurs da, wo du Zweiter geworden bist, ich Dritter und der Thomas recht hinter mir. Ah, okay. Geh mir! 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 War grad die Musik. Oh, ich bin... Dritter. Was für ein Start! Yo, blöd Start! Wenn ich jetzt gut durch die erste Kurve komme, bin ich erster. Jawoll! Tschüss! Thomas hat nicht so gut in Kurve gekommen. Wir haben mal 70 später gesprungen. Hahaha. Nein! Aber jetzt bin ich weg. Ich bin weg. Jetzt bin ich weg. Tschüss. Boah, der ist geschlagen. Okay, Leute, lass mich kurz. Geh weg, Mini! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! noch ist es okay sobald anfängt dass man sich hier begegnet da muss entgegen alle gehen auf bus ja die busse fahren meistens zurück wird erste runde überstanden ich wusste du bist erster man jetzt nicht mehr weil er scheiß bus mich erwischt hat ich komme genau ich komme genau um diese scheiß kurve man erwischt mich der bus weil er genau abkürzt hat kurz sagen habe ich bin ich so gesehen frontal reingefahren extra nein nein ein gewerk bus oh mein gott war das einen millimetern einen millimetern jesus ist er schnell diese nico nico pack kommt weg von mir nein nico 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 hast du glück gehabt oder ich habe ihn erwischt aber nur so ganz ein bisschen aber mir war so knapp so seid ihr erst der zweite zweite und dritte und ein und ein und ein und ein erwischt jawoll der erste wurde erwischt und wo es kommt wo es kommt man muss auch bremsen mal nein kann mich nicht was ich nur gewonnen weil der bus mich gerammt hat das gewonnen die position gewonnen ja ich habe alle drei vorbei oh das wird ich krieg den vor mir nicht richtig dabei bin ich so nah hinter dem nein nein da diese scheiß hobbel wo muss man knapper die hinter dir warum lieber gott hast du mich erwischt warum bos ist defekt jawohl dr. mo wiederfobel dr. mo oh der erste hat einen fehler gemacht ich hasse dich mini ich hasse minis er hat halt mal kurz mit in den Mund, der Thomas hat mal grad ein mega Duell oh verpiste ich dir jetzt schau der Mini hat meine Runde ruiniert nein jetzt folge ich dir auch noch und der pisse hinter uns nein oh dieser Hurensohn ja der hab ich voll weggekickt nein imoliert imoliert wie jetzt ich hab angeblich letzte Kurve abgekürzt ich wollte da rein toll hi Dian ich bin hinter dir hi ich wurde voll gerammt in der letzten Kurve und erzählt er das nicht weil ich angeblich abgekürzt habe what ha what da wo seid ihr Jungs also Thomas war noch zerstört Thomas war zerstört Dian ich bin direkt hinter dir gewesen ich war vierter am Ende ja wie gesagt ich hab ich war erster in der letzten Kurve also wurde ich weg gerammt und dadurch dass ich dann in die Innenkurve geballert worden bin habe ich jetzt die Kurve abgekürzt ich war nur über die Ziellinie und dann so warum bin ich nicht durch die oh oh dieser Hurensohn hinter uns ja der erst platzierte ja das war echt ein scheiß das war gute das war gute Mappe das gefällt ja die Map ist echt gut weil wie gesagt wir der Thomas und ich hatten ein mega schönes Duell und dann kommt der eine Typ da dieser Akon oder wie er gewonnen der gewonnen hat und mich nicht einfach mit rein welche war das? die erste oder was? ich glaube nicht dass die meisten das noch mal wollen und links 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 komm schon ja nein 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 schade ja als letzte Strecke ist die da das letzte für mich letztes Spiel so was hier oh man ey das hätte richtig scheiße gelaufen für uns Thomas ne mhm mhm ich bin bereit für das letzte Rennen ich glaube da habe ich auch erstmal was zu schneiden ey haha oh ich muss sogar noch kochen ich bin letzter guck mal wir fahren gegen Captain Jack Sparrow ich bin letzter komm 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 gib Gas gib Gas okay es dreht ein Bus wahrscheinlich um es ist in so einem Bus ja Bus geht um äh daher? hey Toto die Strecke kenne ich auch nicht ich auch nicht die Folge Toto oh wieso falsche Richtung sagst du ich kenne die Strecke nicht und wenn bin ich nur andersrum gefahren Black Dynamite die Strecke kenne ich echt nicht ich bin was macht der denn da? oh oh es kommt zurück mein Wagen ist viel zu hart eingestellt für die Strecke Ah, jetzt den Teil kenne ich jetzt. Das ist die erste Strecke, die wir gefahren sind. Ne, doch nicht. Oder? Ich bin verwirrt. Ich bin 100%. Ich auch. Jetzt aber gleich nicht mehr. Doch, immer noch. Eigentlich voll die geile Strecke, ey. Leck, leck, aber, what the fuck? Oh, Bus. Bus hat dort erwischt. Ich hatte gerade einen Leck des Todes, ey. Ich bin froh, dass ich keinen erwischt habe. Oder, dass jemand mich erwischt hat, ey. Der Bus hat einen voll weggemacht. Waschkeks. Du bist wieder laut auf einmal. Los, Leon, du bist erster. Ich weiß. Ich versuche den Rücken freizuhalten. Oh, ich bin zweiter jetzt. Leon, mach keinen Fehler, ne? Also richtig aufhalten werde ich jetzt nicht so richtig. Wenn du zu langsam bist, hast du probiert. Wie Käse. Man hört, dass die Klacke wieder von dort aus. Bus ist da. Ja, und erwischt mich. Und den drittplatzierten. Ich fahre jetzt rückwärts und erwischt den nächsten. Der noch nicht. Leon, du hast einen guten Vorsprung. Ja. Und ich bin raus. Was? Ich bin raus. Ah, Fehler, Fehler. Wo kommt der denn her? Ab durch die Mitte. Ich habe mal gehört noch was geklickt vom Thomas. Yo, einer macht nen Abgang. Ich hör das, die krieg ich kaum selber. Ja, du bist halt mega laut wieder. Nächstes Mal machen wir auch über Discord. gott nein das nobel aber schon das denn ja ich könnte mich rechnen thomas für den einen der mit uns gerade eben platt gemacht hat wo es legt es legt es legt jetzt habe ich keine leck legt es legt wenn man noch was geht ab guck mal rückwärts vielleicht geht es dann weg ich habe auch gerade ganz kurz eingehabt oh nein oh nein oh gott ich kann nicht frei fahren ha kann ich genauso du planer nur bei mir hat sie ein bisschen mehr weh als du mir bern bleib vor doktor mu dann haben wir den ganzen sessler jeder einen sieg geholt doch doch muss direkt vor mir da fliege ich immer raus bern du hast knappe acht sekunden vorsprung acht sekunden bern 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 ich habe geschafft erster platz jess von alle erster sieg erster sieg ich habe mich selber vom podium weggeballert weil ich einmal zu weit raus gekommen bin scheiße hier ist ich habe gewonnen über linie rückwärts erster sieg das ihre sicher stolz auf dich ja er ist nicht wer jetzt runter gefahren das war perfektes fahren man perfektes fahren das echt war aber ok bus hat mich gerettet muss ich sagen er hat alle ja definitiv wir waren so nah hinter dir der mastroff und ich und dann kommt der scheiß post und toto war schneller als ich nur bus hat ihm auch nicht die ersten die drei fahrzeuge hinter dir waren schneller als du wer hat gewonnen ja weil du keinen bus im weg hattest ich hatte auch bus aber ich habe mich navigiert du hast dich nicht erwischen lassen ok gib mir diese süße punkte vor allem ich habe diesen mosdorf mal richtig weggeballert das tat gut und das war es von dieser folge wir bedanken uns dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten mal ciao